so neuer part neuer versuch probieren wir es noch mal mit dieser kleinen süßen schlucht die uns schon zweimal das leben gekostet hat genau jetzt bist du wieder dran viel spaß wir sind anscheinend nicht die einzigen aber hatte der typ vor uns hier schon sein fettes schwert ne der ist vielleicht einfach wieder her gekommen einfach mal um anzugeben bestimmt dem hatte ich übelst schiss fack schlag doch schlag doch kombo breaker so oh in der drüben probiert es einer jetzt haben wir hier das gelbe kraut hat nur sonst verpasst ich denke mal da kann man nicht auch probieren wir es lieber nicht spring wieder zurück da noch was auf dem herr haha ja ok nice so springen können wir schon mal ich würde sagen du bist der nächste ja und vorne ja henschmalen ganglo bevor man den anderen spielen nie angst hat aber hier weiß man man kann runterfallen und stirbt man nicht so nett oh wieder springen sucht eure umgebung es gab es einen dachsholz 1 da waren manchmal unsichtbare wände die kann man anschlagen dann gab es einen schönen also wände und dann ist ein gang draus geworden achso ja aber vielleicht kannst du den baum umschlagen so dass der eine brücke wird umstoßen umstoßen ja also ganz flüssig läuft das irgendwie nie weißt au fuck scheiße das war übelst viel lebensstein vier vier das war leer das war leer alter lebensstein tauchklettern das war ja mal fies das war schon der erste schreck wieder füllen wir uns gleich willkommen alles war immer noch so gut mit dem nebel zum glück haben wir das alles nicht verpasst weil dort die netten nachrichten lagen von den ganz vielen netten lagen boah also jetzt könnte man sich hier runterfallen lassen oder? so und so sind böse kommen wir nur noch wieder hoch wow alter naja das ist so gut dann hitt ihn mal an oh der kommt schon von alleine habe ich schon getriggert oh nein alter wie das denn wow no genau schön leute was ist denn hier los na viel spaß yay du weißt aber schon dass ich jetzt weitergehe ne da hinten ist eine kiste die wollen wir haben wo kam der zweite jetzt her scheiße war das eine kiste? das sah eher aus wie ein altes kaputtes schiff ja ja richtig kaputtes schiff ja ich fand dass das nicht entdeckenswert aussah ja jetzt die kiste holen ich werde jetzt noch mal zeigen dass das keine kiste war ich wollte eigentlich sprinten aber ich habe Angst dass ich meine Hand nicht wieder schnell genug vom B-Knopf nehmen kann und deswegen ne Moment dann müssen wir wieder dort runter fallen ne doch Richard wir müssen jetzt die beiden Viecher kaputten haben ja aber unsere Lebenssteine die sind voll wichtig äh wir müssen das jetzt schaffen siehst du das war damals du du musst vielleicht da hinten droppen ich habe es falsch gemacht hier genau vielleicht nützt er nicht so viel Leben weg oder du da auf die ah doch jetzt keine Stamina mehr fuck schnell 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 komm 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 puh mein Leben stark ach ne ja nicht mehr frats frats vier Eck also x ich bin noch beim Plastic Controller und hattest du den zuletzt in der Hand das ist noch eingebrannt das ist doch irgendwie Jahre her oder oder zumindest Monate das war die Wand ja du kannst ja erstmal hoch gehen und hier ist aber kein zweiter ah ja erstmal die Sälen holen vielleicht ne hier das ist bestimmt die Tarnung dass man jetzt den zweiten da unten sieht man doch alter das ist ja böse das ist richtig böse ja lauert denkt man sich auch mit dem einen können wir es vielleicht aufnehmen und ahhh rein raus weg 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 nein 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 oh god Lämmstein Lämmstein ey die folgen die uns ich würd sagen du bist mal ganz schnell alter die elben die so schnell auf scheiße scheiße der tritt ihn doch nicht schnell genug um auf ist denn wir schon wieder da tja bitches wow versuchen wir die trotzdem ne doch warte wir können die jetzt schnell wir können die jetzt eigentlich nochmal triggern dann schnell außen rum rennen und zu der Kiste Wenn das ne Kiste ist, ist es... Bitches! Wuuuh! Was ist denn das? Ein Boot? Ja, ich fand das so... Ich schlag ihn einfach mal. Ich schlag den nicht. Doch. Ich will wissen, wie viel Leben der hat. Der rotscht gerade runter. Ob wir sich vielleicht mit ihm aufnehmen können, nicht so schnell, wenn er sich... Fuck, 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 nein, nein, nein! Jetzt kannst du einen Sprung... Angriff machen, LB und RB. Okay, der hat viel zu viel Leben. Oder? Ja. Ja. Ich hab... Nein, 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 nein! Ich glaub, die Leute werden uns das nie übel nehmen, wenn wir... Achtung, der zweite kommt gleich. Weg! Meintet! Also... Oh Gott, ich hätt grad irgendwie keine Peilung mehr, wo X, wo B und... Titanite. Probier mal den zweiten, ne? Ich hätt den mal an, ob der genau so viel dämen hat. Naja, okay. Also ich glaub, die Leute werden uns das nicht übel nehmen. Naja, lass uns weitergehen. Wir wollen auch die schöne Aussicht sehen. Wie wär's, wenn wir das nicht let's play, sondern let's dine nennen oder so. Aber vielleicht ist es da ein übelst cooles... Wir probieren nochmal die anzulocken und rennen mal außen rum. Vielleicht ist es wirklich ne Kiste, die wir jetzt verpassen könnten und die... Backstab. ...elemental... Backstab muss man vielleicht einvisieren. So... Ach ja, stimmt. Das vergesse ich irgendwie noch. Fuck. So ging's mir auch. Spack weg! Ich... werd nichts versuchen da, außer... Okay. Ja, ne, okay. Ich verübe's dir auch nicht. Aber vielleicht ist das... Es hat noch niemand geschafft und das ist ein Boat und es führt uns in eine andere Welt oder so. Oh, ja. Vielleicht bist du direkt zum Endboss. Von hinten, sodass wir ihn schon assassinateen können. Na gut, wir wollen erst mal ein Schild. Wir können ja hier immer noch wieder herkommen. Ja, genauso wie der Babo da vor uns. Oh, es sind mehr Nachrichten geworden, oder? Kopf? Voraus. Man kann die... Ich glaub... Ich glaub, man kann die Nachrichten nur aus Textbausteinen zusammenlegen und nicht selber schreiben. Aus Textbausteinen zusammenlegen? Na, du kriegst dann... Im Beispiel, wie viel Erfolg steht dann da, kannst du auswählen. Und das wird dann hier reingelegt. Ach so. Damit du dir irgendwie ein Mist schreibst. Ah, ja, okay. Ich dachte jetzt, du musst für jede Ziffer dann im Spiel das Item suchen. Ach so, nein. Und das dann so... Oh, Majula. Ah, genau. Das hier ist unser Hauptquartier. Ey, das sieht doch super aus, das Spiel. Boah, ich hätte es jetzt auch wesentlich schlechter erwartet. Eigentlich ist es hier noch so schön sonnig. In der Kontraste, wenn wir in den Gemäuern sind, tief im Kerker. Da ist noch graue Wände. Wie viel zu erkunden gibt es schon. Wie viele Welten uns erwarten. Ey, das sieht doch richtig malerisch aus. Ja. Pittoresk. Ein bisschen Französisch hier noch mit reinzunehmen. Hast du dir gemerkt, ne? Felix oft gesagt. Zufluchtsortfahrer. Wenn das nicht mal ne Falle ist. Ja, wollte ich auch gerade sagen, wenn ihr uns nicht verarscht. Glück auch noch. Yay. Normalerweise soll man ja immer mit erhobenem Schild in sowas reingehen. Wir haben kein Schild. Ach, wir haben kein Schild. Gibt's, äh, beim Ritter, hatte der ein Schild vor uns in der Hand? Ja, ich hab schon. In der Großwahl. Monster voraus. Versucht, äh, also da wird jetzt ein Monster sein. Ja, okay, das klingt schon mal netter. Das mich wunderbar umbringt. Oh, ja, also vor allem vom, ja, vom Design her alles. Ein kleines schmalen Wegchen. Hallo? Oh, der Schwert. Gute Frage. Vielleicht wenn er das Monster oder so. Hm. Ja. Jetzt müssen wir warten. Wie aussehen. Ja. Können wir uns nicht um sein Schwert gingen oder so? Gibt's dann da ja. Gibt's dann da ja. Gibt's dann vielleicht angreifen? Nee. Nee. Er ist schon verwundet. Das waren auch keine NPCs. Wird vielleicht erst mal zu dem Lagerfeuer in Majula gehen sollen. Weißt du? Oh. Ja, okay. Ich geh erst zu dem Lagerfeuer. Das würde uns noch öfters passieren. Hab ich so ein Gefühl. Alter, da geht man direkt hier rein. Und dann zieht er weg wieder. Zuflucht. Yay. Jetzt sind klein, engen Gassen hier. Da krieg ich übst Schiss. Ach, Zuflucht. Sonne. Ja. Oder uns alt. Unsere schön verrotteten Haut. Oh, dieser Stein dort links, wo wir gerade vorbeigelaufen sind, sah irgendwie nicht echt aus. Schlag mal. Könnt ihr mal gucken, dann was das war jetzt hier. Göttliche Sägen überhaupt mal angucken, was wir hier so einsammeln. Quatsch. Einfach mitnehmen. So, ich würde sagen, wir gehen zu dem Lagerfeuer und dann ist der dritte Part auch schon fertig. Ja, das reicht dann auch. Ach, da haben wir es ja. Oh, was ist denn das da hinten für ein großer Turm? Und zwar wartet noch ganz viel. Oh ja. Verdammt viel. Aber, nicht jetzt, nicht heute. Später. Beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal.